Stimmt. Und die andere Problematik war ja bei dir auch noch hier Pakete annehmen und sowas. Genau, ja. Da habe ich dir gesagt, besorg dir doch mal so einen Paket Annahmekasten. Irgendwo auf dem Grundstück kannst du dir so einen Kasten hinstellen, dann machst du so eine Ablege Genehmigung mit den Paketdiensten, die du normalerweise erwartest und dann brauchst du halt irgendeinen Kasten. Ein Hörer von uns, ich weiß leider nicht mehr, wer hat sowas bei sich. Nicht den DHL eigenen Kasten, weil der DHL eigene Kasten der scheint nicht immer so hundertprozentig zu funktionieren. Das ist so ein DHL, der DHL eigene Kasten hat so ein RFID Schloss dran. Da sagen sie, das ist voll sicher und Stimmt. Und das Problem scheint oft zu sein, habe ich gelesen, dass der Bote nicht den passenden Chip hat, um das Ding aufzumachen. Über Monate. Das heißt, er kriegt es nicht hin, sich irgendwie in der Zentrale den richtigen Chip mitzunehmen, dass er die Dinge aufbekommt und deswegen hast du da eine Karte im Kasten. Also brauchst du so einen anderen Kasten, wo Paketdienste Zeug reinschmeißen können. Ich finde halt so diese Abstellgenehmigung schon das Problem. Das einzige richtige Problem daran ist, dass du so eine Abstellgenehmigung ausmachen kannst. Einen Kasten, den man einfach aufmachen kann, da haben kannst, bringt dir halt alles nichts. Wenn der Bote klingelt, ist keiner da, nehme ich es wieder mit und bringe es in die Filiale. Auch wenn ich so eine Scheiß-Genehmigung mit DHL ausgemacht habe, bringt halt nichts, wenn der Bote davon nichts weiß. Wir hatten die Genehmigung, er darf es in die Garage stellen, weil unsere Garage hier ist, die kann man nicht abschließen. Und da war halt der Deal, du darfst es einfach in die Garage stellen mit DHL. Es waren auch immer Pakete, alle Pakete immer in der Garage. Aber es war halt nie ein Zettel im Briefkasten. Übrigens, da ist jetzt ein Paket in deiner Garage. Und manchmal kam halt Zeug und in die Garage passt unser Auto nicht rein. Das heißt, ich habe keinen Grund, jeden Tag in die Garage zu gucken. Und dann vergammelt da halt dann eine Pakete in der Garage und du hast keine Ahnung, was da drin liegt. Deswegen auch dafür Bewegungsmelder und Kameras Raspberry Pi und eine Push-Notification, die dir sagt, hier, Klappe wurde geöffnet. Ja. Ja. Also ich weiß gar nicht, können die nicht einfach sagen, sie haben es hingestellt, weil sie haben ja die Ablege-Genehmigung und es einfach privat auf Ebay verkaufen? Ja, schon. Aber du hast ja auch zusätzlich, wenn du dich beispielsweise bei DHL anmeldest, kriegst du ja immer eine E-Mail, Paket kommt heute. Das klappt eigentlich ganz okay. Gut, die E-Mails gehen immer an die falschen Adressen bei mir, aber ich kriege sie irgendwie. Und meistens stimmt das auch aus, ich habe dieses Samstags-Problem. Und wenn du dann in diesen Kasten noch irgendwie eine Notification bekommst, also der Kasten ist aufgegangen, dann weißt du ja wahrscheinlich, war es der Waschbär oder der DHL-Bote. Ja, das würde gehen. Aber das DPD-Tracking ist Wahnsinn. Das ist gut geworden. Ja. Ich hasse zwar diesen Dienst, ich habe da mal gearbeitet. Ich würde da mit freiwillig nie was verschicken, aber das Tracking ist echt super. Sie sind inzwischen sehr zuverlässig. Ich bin gerade in, die Twitter-Leute sind auch voll gut von denen. Und ich meine, das ist eh schon die absurdeste Sendung, was die Themen angeht, ever, die wir jemals hatten. Wir verschicken regelmäßig über DPD-Express-Pakete. Die müssen am nächsten Tag ankommen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und die holen die bei uns ab. Sind die ganz, wenn die ankommen? Die sind ganz, wenn sie ankommen. Das ist wirklich gut. Und ja, überhaupt kein Ding. Jedes Mal kommt dann der DPD-Typ und sagt, warum ist denn da kein rotes DPD-Express-Band drauf? Dann sagen wir, weil wir kein rotes DPD-Express-Band haben. Ah, okay. Das ist für die Fahrer wohl hilfreich, weil dann sehen sie sofort, was ist ein Express-Paket und was muss ich priorisiert behandeln. Ja. Dann haben wir uns irgendwann, nachdem wir uns 400 Mal wegen gefragt haben, so sag mal, wo kriegen wir denn so ein Express-Band her? Und ich sage, das weiß ich doch nicht. Ich habe keins, das ich euch geben könnte. So gut. Dann twitter ich also mal DPD an, so nach ein paar Monaten. Du sag mal, die Fahrer sagen uns die ganze Zeit, wir sollen ein Express-Band. Wo kriegen wir ein Express-Band her? Ja. Da schreibst du mal hier, sagst du mal, wo seid ihr denn her? Dann sage ich euch, wo du dich hinschreiben musst. Aha, schreib mal bitte an diesen Hub. Hier ist die E-Mail-Adresse. Schreibst du an den Hub, kommt ewig keine Antwort. Ich so, hallo. Übrigens. Ach ja, wie ist denn Ihre Kundennummer? Ich so, hier unsere Kundennummer. Hier ist unsere Firmenname. Ja, finde ich euch nicht. Hier ist unsere Kundennummer und wir verschicken normalerweise unter der Firma so und so. Ja, dann wenden Sie sich doch bitte an die Firma so und so, wenn Sie über die verschicken. Nein, ich verschicke als Firma so und so und hier ist unsere Kundennummer. Ja, ich finde sie nicht. Jetzt sind kein Kunde bei uns. Schicken wir Ihnen so einen Screenshot von der Webseite. Hier, guck mal. Da ist unsere Kundennummer in offdpd.de. Da werden wir uns einloggen und da Aufträge erstellen. Ja, keine Antwort. Nochmal. Hallo, übrigens, eine Woche später. Ja. Ja, Paketband. Kurze Antwort, ich kann Ihnen keine Paketband zukommen lassen. So eine E-Mail zurückgeschrieben. Ja, Leute, wie ist denn das? Wenn Sie mir keine Paketband zukommen lassen, warum zur Hölle muss ich dann jedes Mal dem scheiß Fahrer sagen, ne, dem netten Fahrer sagen, dass wir kein Paketband haben und warum fragt er mich jedes Mal wieder? Und schon wieder seit eineinhalb Wochen keine Antwort und die sind einfach, das ist Unfähigkeit. Das ist schlimm. Aber die Express-Pakete, wenn die in LKW eingeladen werden, ganz vorne hingestellt tatsächlich. Genau. Also da legen auch die Schichtführer sehr großen Wert drauf, dass die ganz vorne liegen. Und das sieht man auch. Ja, die werden auch mit am pfleglichsten behandelt im Gegensatz zu dem ganzen anderen Zeug. Also ich habe von DPD noch nie was Kaputtes bekommen. Ja, ich habe noch nie was Ganzes bekommen. Und die liefern ja inzwischen auch sehr viel Amazon zum Beispiel aus. Und das machen sie bei uns zum Glück nicht. Das macht der Hermes. Die Pest. Das macht jetzt der Amazon selber. Die Pest. Ja. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe eine Amazon selbst schmeißt auch gerne Sachen in den Briefkasten. Ja, habe ich euch das Foto geschickt? Nee. Weil ich war da, wartete am Freitag auch auf eine Lieferung und wusste, oh Gott, ich muss weg, ich muss weg, ich muss jetzt für eine Stunde mal kurz weg sein und dann ist keiner mehr im Büro. Gehe ich also runter am Briefkasten vorbei und dann steckt also im Briefkastenschlitz dieses Paket drin und zwar so, dass es zur Hälfte einfach rausschaut aus dem Briefkasten. Jeder, der an diesen Briefkasten vorbeigegangen wäre, hätte sich das einfach rausziehen können und mitnehmen. Vielleicht sollte... Das steckt doch über die Hälfte drin. Was willst du denn überhaupt? Im Schnitt ist es zugestellt worden. Genau. Das ist wahr. Ich hätte, wenn ich es natürlich jetzt hier nicht erzählt hätte, hätte ich einfach mal Amazon schreiben können, Leute, wann kommt euch mein Paket an? Ist nie angekommen. Hätte ich jetzt noch mehr Sachen, die ich in der nächsten, in der Sendung vor drei Wochen gepickt habe, ähm, vorzustellen, aber, äh, ja, die Pest. Ja, das ist, also es gibt auch diese, diese Kästen, die einmal aufgehen und dann nicht mehr. Ja, also bekommst du häufiger an einem Tag, das ist doch gut, bekommst du häufiger an einem Tag von mehreren Diensten was geliefert. Schau mal, was bei Amazon bestellt. Oder brauchst du, ja, das kommt ja dann von der gleichen Firma. Nicht unbedingt. Naja, nicht unbedingt. Man kommt was von, mit DHL und der Rest kommt mit Hermes. Das ist sehr individuell offensichtlich. Ja, der Vorteil ist aber doch, wenn du es auch mit Hermes bestellt hast, dann weißt du ja normalerweise kommen die Sachen von DHL kommen in der Vormittags und die Fahrer von Hermes kommen normalerweise nicht vor nur 21 Uhr. Bis dahin hast du ja den Paketkasten schon längst wieder ausgeleert. Ja, das ist allerdings wirklich ein Unding. Warum fahren die um 21 Uhr noch Pakete aus? Weil da die Leute daheim sind? Weil die Leute daheim sind. Seid ihr sicher? Weil der rennt auch. Also ich habe das neulich beobachtet und der rennt. Der fängt halt um 17 Uhr an und fährt dann halt abends raus. Und mit wem telefonieren die eigentlich die ganze Zeit? Das ist eine gute Frage. Das telefoniert ununterbrochen. Die sind wahrscheinlich und das muss am Ende der anderen Leitung sein. Die verdienen so wenig Geld, dass die gleichzeitig noch Entweder dabei, je nach Können, beim IT-Support oder bei so einer Sex-Hotline arbeiten. Und beim Pizza-Service. Und beim Pizza-Service. Nee, ich habe neulich ein Paket bekommen, Amazon Same Day. Das kam dann um 19.30 Uhr oder sowas. Und die Mitarbeiterin hatte DHL Express, hatte das DHL-Gerät in der einen Hand und ein iPhone in der anderen Hand und hat dann von meinem Paket mit dem iPhone ein Foto gemacht und es dann mit dem Scanner von DHL gescannt. Können Sie mal kurz dieses Paket in die Kamera halten? Und dann und dann war das ein Beweisfoto, dass Sie es zugestellt haben. Das habe ich jetzt aber tatsächlich auch schon öfter gesagt. Mein Scanner ist kaputt, jetzt fotografiere ich das immer ab. Was soll denn das bringen? Du kannst es später scannen. Du scannst dann später vom Handy ab. Das ist geil. Gott. Das ist furchtbar. Naja. Ich bin auch nicht sicher, wie da die Synergieeffekte zwischen DHL und DHL Express sind, weil die haben ja auch andere Geräte. Ja, das sind auch komplett andere Fahrer. Das ist alles anders. Also DHL Express ist richtig gut. Der ist auch toll. Bei uns. Ja, wahrscheinlich. Es ist so krass, wie viel das vom Zusteller abhängt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, Hermes ist halt bei uns, die liefern manchmal Pakete aus, aber wenn ich mir jetzt halt schaue, äh anschaue, ähm, DPD bei uns und, ähm, DHL bei uns, die haben sehr, sehr, sehr nette, sehr, sehr bemühte und sehr, sehr bemühte, ähm, Lieferanten bei uns. Und in dem Moment, wo das, wo die vertreten werden von jemandem, der einfach die Pest in Dosen ist, ist halt auch die, die ganze Lieferungsexperience einfach beschissen. Und, ähm, da spielt es dann überhaupt keine Rolle, wie schnell das Paket von Duisburg über Halle nach, ähm, weiß ich nicht, weil das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, geliefert wurde. Ähm, wenn der, wenn der, der Typ, der das am Schluss ins Haus bringt, wenn der eine Pfeife ist, dann ist die komplette Lieferer-Experience einfach scheiße. Ja. Gibt's denn solche Paketkästen, die so eine Klappe haben? Also so, es gibt auch diese Paketkästen von der Post, wo du Pakete einliefern kannst, diese, diese Dinger mit dem, mit dem Rollladen. Gibt's denn sowas auch für zu Hause? Das also, die, die kann mehrfach geöffnet werden und unten ist halt Platz so für Pakete. Ja, sowas gibt's, ähm, gibt's von verschiedenen Firmen, die haben halt oben einen Einwurfschlitz. Der Nachteil an den Dingern ist, der Einwurfschlitz ist in der Regel sehr, sehr klein. Das heißt, du kriegst halt keine, keine großen Dinger rein. Die Alternative ist, du nimmst so eine Flex und machst das und Paketkasten weg. Ja, wie zwingt man denn den Fahrer, das dann auch wirklich einzuwerfen und nicht einfach mit heimzunehmen? Nee, pass auf, wir haben hier, die Eingangstür vom Haus ist so ein, hat so eine Glasscheibe neben der Tür, ja, und die, die Paketfähre haben die, die Zettel immer mit solchen Panzertape-Aufklebern an diese Glasscheibe hingehängt und, ähm, dann hat irgendjemand mal so einen Zettel geschrieben und geschrieben, da steht drauf hier so, liebe Freunde von DHL, DPD, Hermes und so weiter, klebt das mal nicht hierher, sondern klebt das rechts an die Wand oder an den Klingelkasten, da, da geht das besser ab und das machen die auch, meistens, die allermeisten können diesen Zettel lesen und wenn du da drauf schreibst, hier Freunde von DHL, UPS Freunde, ihr habt eine Ablegegenehmigung und der Kasten steht da, dann machen die das vielleicht. Vielleicht, siehst du, so ist das Problem. Andererseits habe ich eine Tasse verschickt und da hat jemand in das Adressfeld reingeschrieben, Achtung DHL, fünf Ausrufezeichen, bitte Paketkasten benutzen. Ja, bei der Nachbarin kam es an, oder? Weiß man nicht genau. Aber das müsste schon gehen, da kriegst du was hin. Ich bin nicht sicher. Du bist doch tagsüber in so einem Büro, lass dir deinen Scheiß einfach ins Büro liefern. Ja, das mache ich ja auch, die Kleider und Sachen, aber den großen Scheiß muss ich halt heimschleppen. Das ist halt zeltfit. Deswegen mit den Treppen gehen. Die Woche einen Kleider, so ein Kleidertrocknerständer, Wäscheständer bestellt und das will ich halt nicht aus dem Büro heimtragen müssen. Das ist halt so groß. Na gut. Jetzt wohnt das Kind drin. Läufst du dahin? Ich fahre mit dem Bus. Mit dem Bus. Also mit dem Bus, mit dem Wäschegestell, im Bus bist du aber auch der König. Auf jeden Fall. Hast du eine GoPro? Weil wenn ja, einfach anschnallen, dann wird das Ganze noch viel lustiger für alle anderen Beteiligten. So.